Hier müssten doch irgendwo Ballers sein. Ja. Ich darf aber noch nicht. Jetzt darf ich. Okay, und... Der kommt da mit nem Messer? Ist der bescheuert? Ja, geil, jetzt habe ich zwei... Ich habe auch keinen Banden-Krick gestartet, ich Idiot. Oh, Jachwariv. Nein, keine zu alte Mission. Das ist nicht das richtige Zeitpunkt dafür. Oh, Junge. Respekt insgesamt, guckt euch den Schritt mal an. Guckt euch den Schritt mal an. Jetzt brauche ich wieder ein neues Kevlar, natürlich. Warum? Weil Polizei. Der jumpt in mich rein. Das ist mir egal, ich flüchte einfach hier rein. Könnte ich hier rein? Ich glaube nicht. Ich habe kein Leben mehr. Ich bin ja nicht gestorben, ich hatte die ganze Money doch noch. Oh, ich bin so ein Idiot. Und jetzt habe ich 700 Schuss im Bier. Was mir nicht viel hilft, denn sobald ich draußen bin, bin ich praktisch schon tot. Wo ist der Pantspray? Pantspray. Wieso? Der ist doch von meiner Gang. Der hat so jene Farben an. Was umschießt du auf mich, Junge? Oh, leck mich am Arsch. Ich esse das mal. Tot bin ich niemandem, ne Hilfe. Das ist... Wow, das ist echt... Oh, leck mich am Arsch, ist das hart. Hätte ich das gewusst, ich hätte die ganzen Territoren eingenommen, bevor das mit den Rides losgeht und dann halt die letzten zwei oder drei halt während den Rides gemacht. Wo ist mein Wagen da? Denn unser Territorium wird angegriffen. Wo sind die? Hier steht ein Auto rund, ist gut. Alter, leck mich. Und ein Stern natürlich. Die Polizei schießt mal wieder auf mich. Alter, 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 wieso muss das so schnell sein? Mal aufpassen, ich darf keinen von denen anfahren. Da reagieren die... ...ein bisschen über. Warte, ich kann mich hier auf die andere Straßenseite, da sollte ich eigentlich direkt welche finden. Ich muss es schaffen, den Bandenkrieg zu starten, bevor die Polizei auf mich schießt. Hier ist eigentlich gut, das sollte ich schaffen. Bandenkrieg, perfekt. Upsi. Achso, ich hab hier auch eine gute Position so insgesamt gesehen. Die erste Welle schon mal überstanden. Schnell. Das müsste ja das Gebiet vom Krankenhaus sein. Okay. Von hier unten kommen ein paar. Die sind weg. Ne, da ist noch einer. Und jetzt von hier. Die zweite Welle und jetzt das Auto noch. Okay, von hier unten wieder. Da, und den ich dir noch, damit er mit der Kar schießen kann. Und jetzt hinter mir. Du kannst jetzt eine sieben Mann. Fickt euch Polonies Officers. Fickt euch einfach nur. Auf zum Pain Spray. Kevlar. Das kann mir noch einen Arsch retten. Ich kann eine sieben Mann Gang führen. Vielleicht sollte ich mal versuchen, auch wirklich eine Gang mitzunehmen. Eine sieben Mann Gang kann ich führen. Das... Mach ich auch gleich, wenn ich hier im Pain Spray war. Ihr seht mich, ihr seht mich. Ihr habt mich verlosen. Idioten. Shit, wenn ich jetzt hier rausfahre und die anfahre, ist das direkte Verbrechen. Okay, zurück auf die Brücke. Da hab ich... ein paar Leute gesehen. Grün, die sind da noch so da. Du. Du. Ihr Jungs. Das waren zwei. Drei. Wie viele habe ich jetzt ein paar? Okay, Jungs. Wir laufen jetzt zusammen. Kommt ihr? Gut, ihr folgt mir. Das ist schon mal ganz wichtig für eine Gang. dass ihr mir folgt. Und wir laufen jetzt erstmal zu Fuß drum, weil in ein Auto passen wir zusammen nicht. Vier, sieben. Genau sieben Stück haben wir hier. Bitte sterbt nicht, okay? So. Jetzt gucken wir, ob hier Ballers sind und dann wissen wir, ob das funktioniert mit der Gang. Das ist praktisch Test Nummer eins. Folgt ihr mir? Ausgezeichnet. Und wenn der Polizeitipp euch blöd anguckt, dann schießt. Da habe ich kein Problem mit. Sind die selber schuld. Hm. Die Ballers haben wohl Schiss. Ich weiß aber echt nicht, wie ich mit den Leuten mobil sein soll, weil... Okay, ich könnte einen Bus nehmen. Das war eine Möglichkeit. Ballers. Ballers. Wo seid ihr? Okay, Jungs. Ist okay. Das Auto hat sich böse angeguckt. Ich verstehe das schon. Wo sind denn hier die Ballers? Kommt ihr immer noch gut? Ja, ja, wir worken gleich out. Nirgendwo? Nirgendwo? Ballers. Was ist das für eine Gang? Wo sollen die ein Viertel das repräsentieren, wenn die nicht mal das Repräsentant sind? Du bist ignorierend. 1, 2, 3... Okay, ich habe meine Männer noch. Ich glaube, ich habe einen jetzt verloren, weil einer weggelaufen ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Okay, einen habe ich verloren. Das sollte... ...verschmerzbar sein. Aber ich sehe hier leider keine Ballers. Nicht zu sehr... ...nicht zu nahe rangehen. Ich will nicht sterben. Maximale Gesundheit ist ein bisschen drauf. Ich sehe hier echt keine Ballers. Das ist die Höhe. Willst du mich angreifen, Junge? Willst du mich wirklich angreifen? Willst du mich angreifen? Besser ist es. Wo sind hier die Ballers? Ich finde hier keine Ballers. Ich gucke hier an der Straße nochmal, aber dann muss ich mir ein Auto nehmen. Da. Jungs, bereit? Bandenkrieg. Ihr könnt auch die Fresse halten. Jungs, beschützt mich. Ausgezeichnet. So, jetzt kommen die Ballers. Jungs, schießt ihr auch mal? Oder eher weniger? Jungs, ihr müsst schießen. Die schießen irgendwie nicht. Oh, kann ich mir das Herz holen? Kann ich mir das Herz holen? Das Herz kann ich mir holen. Das Gute ist, die schießen jetzt nicht nur auf mich, die Ballers. Da kommen sie jetzt. Okay, meine Jungs schießen auch ein bisschen. Das ist immerhin etwas. Vielleicht kommen die hier um die Ecke. Gangstärke hat verloren. Okay. Die zweite Welle habe ich aber überstanden. Und da hinten ist Kevlar. Das hole ich mir, wenn es fertig ist. Au. Jungs, schießen. Warten. Das Viertel gehabt hier. Aber natürlich. Aber natürlich. Da vorne ist ein Auto. Meine komplette Gang ist gestorben, weil die es nicht geschafft haben zu schießen. Aber ich selbst habe dafür weniger Schaden genommen. Das ist immerhin ein Fortschritt. Boah, aber das dauert echt ewig, allein Ballers zu finden. Teil, wie tief du in ihrem... Unser Viertel wird angegriffen. Fick die Bitch, ey. Ja. Okay, das mache ich noch. Aber danach mache ich eine Pause. Ich bringe aber die Polizei schon mal mit. Okay, da. Shit, ich muss die Prücke hoch. Alter, wie schnell die auch im Viertel wieder angreifen, wenn man es gerade erst eingenommen hat. Das Viertel war das Vorletzte, das wir eingenommen haben. Okay, ich habe leider keine Gang. Ich habe keine Sterne mehr, das ist gut. Also den einen Stern schafft man auch zu verlieren ohne Pain Spray. Ich bin ein Piece of Shit. Ja, da muss ich auch. Dafür nehme ich mir dein Auto. Ah, da ist ein... Da ist ein... Oh, ja. Oh, 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 oh. Dios mio. D-iosio. Dior mio muio. Okay Ich werde es so machen Ich fahre jetzt zu Sweet Wenn es nicht genug Viertel sind, mache ich eine Pause Und mache das außerhalb der Aufnahme Mit den ganzen Banden kriegen Oh fuck, der explodiert Oh Ich mache das eben außerhalb der Aufnahme Mit den ganzen Banden kriegen, bis es genug sind Weil das wiederholt sich einfach nur Ja, das war es dann Einen Wagen habe ich noch in der Garage, oder? Das Wagen kann ich mir mal nehmen Das Wagen, das Geld kann ich mir mal nehmen, gut Und Du musst mehr Gangterritoren Das kann ich übernehmen, okay Dann wie gesagt Ich mache eine Pause Außerhalb der Aufnahme werde ich mich um die ganzen Gang Dinger kümmern Damit es dann in der nächsten Folge mit der Sweet-Mission weitergehen kann Ich hoffe, euch hat es gefallen Und Dass wir uns dann auch in der nächsten Aufnahme sehen Die dann Leck mich am Arsch Schießt er mir mein Kevlass runter, der kleine Ähm, ja Kommentar könnt ihr mir reinhauen Was ich so machen soll, nachdem die Story beendet ist Und in der nächsten Aufnahme geht es dann, glaube ich Wirklich gegen Die letzten zwei, drei Missionen Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen Und wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder Und ja Bis zum nächsten Mal Ciao